Ich zeige euch jetzt den vielfältigen Beruf im KAV bei der Thermoplan AG. Ich habe mich für den Beruf entschieden, da ich die Arbeit am PC sehr gerne habe und auch Freude an Kundenkontakt habe. Die Thermoplan AG hat auch sehr viele internationale Kunden, weshalb es wirklich von Vorteil ist, wenn man auch Englisch kann. Es macht auch sehr viel Spaß mit den ganzen Lehrenden, sich auszutauschen, wenn man Fragen hat, sind sie immer für alles offen und das schätze ich sehr. Mir gefällt vor allem die Vielseitigkeit an der Lehre und das quasi jeden Tag eine neue Challenge mitbringt. Von der Selbstkompetenz ist es sehr wichtig, dass man selbstständig arbeiten kann. Es ist auch sehr gut organisiert mit den Praxis- und Berufsbildnern. Du bist immer eine Ansprechperson, wenn du eine Frage hast und die wird auch immer geholfen und du wirst auch als richtigen Mitarbeiter anerkannt. Bei der Thermoplan haben wir natürlich, wenn man die Lehre macht, auch noch ein paar Benefits. Zum Beispiel zahlen zu dir einen Anteil an dein Skia oder dein Halbtags und auch an deine Schulbücher. Dort werden auch einen grossen Teil übernommen, damit du zu Beginn der Ausbildung nicht extrem hohe Auslagen hast. Wir von der Thermplan sind ein internationales Unternehmen. Wenn auch du dich für die ganzen Verknüpfungen dahinter interessierst, bewirb dich bei uns.